Da ist so eine hässliche Missgestalt, die den Ring verliert, weil die dumm ist. Wie meine Ex-Frau. Oh, Tino, weißt du was? Was richtig scheiße ist? Dass wir so lange keinen Hörerwunsch gemacht haben. Das stimmt, das ist echt lange her. Und Herr der Ringe natürlich auch. So ein Dreck. So eine dumme Scheiße. Ich kotze. Das ist der schlechteste Film, der je gemacht wurde. Und dann noch drei davon. Und da kommt gleich George A.R.R. Martin hier rein. Jetzt kommt direkt George A.R.R. Martin rein und kriegt hier einen zu viel. Schaffst du es, darüber zu klöttern? Es tut mir leid, wir müssen hier gerade eine Sonderausgabe machen. Kennst du Herr der Ringe? Ja. Superscheiße, oder? Ich habe nach der ersten halben Stunde nicht verstanden, warum es geht, also habe ich nicht weitergeguckt. Oh, so, da fängt der gut an hier. Sehr gut. Sehr gut. Bin ich ja nicht alleine hier in der Wohnung. Richtig. Also, Urwil hat vor drei Jahren angeblich mal einen Hörerwunsch. Angeblich. Jetzt wird auch noch geflamed hier. Ich habe das halt tatsächlich dann nie wieder gefunden. Er hat dann irgendwann gesagt, hier war es eigentlich mit meinem Hörerwunsch. Und dann war ich so, hä, was für ein Hörerwunsch? Und vielleicht war das auch im Stream oder so. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Und deswegen konnte ich das nicht mehr zurückverfolgen. Aber selbst wenn es irgendwie nicht so wäre, Urwil hatte so viel Gutes schon getan. Er hat es einfach mal verdient. Es geht die Unschuldsvermutung, ja. Genau. Nicht nur bei Till Lindemann, auch bei Urwil. Sagen wir, er ist unschuldig und hat Geld gezahlt. Genau. Und deswegen haben wir uns jetzt hier ins Tonstudio und die Sackbox gestellt. Und nehmen erstmal für Urwil auch. Ganz schön warm hier. Warum Herr der Ringe scheiße ist. Das hat er sich nämlich gewünscht. Ja. Urwil ist, wie natürlich jeder auf der Welt, nicht der größte Herr der Ringe Fan. Ja, warum auch? Weil es ist wirklich ein schlechtes Buch, ein schlechter Film, Filmé. Dann auch noch Prequel, Sequel, mit Quell. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wenn es nur mittendrin irgendwie spielt. Und Quell. Sidequell. Quell da die will. Ja, das ist ganz schlimm alles. Oh, jetzt ist doch das Traum. Guck jetzt. Ja, ja, ja. Das ist direkt der Zorn von George R. R. Martin. George R. R. Nee, Tolkien. Sorry, nicht Martin. Oh Gott, bin ich blöd. Ich dachte, das ist ein Gag die ganze Zeit. Nee, nee. Ich vertausche die beiden mal miteinander. Ich dachte wirklich, das ist ein Gag. Nee. Ciao, J. R. 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 Tolkien. Ja, aber da fängt es ja schon an, ja. Peter Jackson. Hat das inszeniert. Ja, ja, genau. Peter Jackson. Was der für eine Scheiße produziert hat, ja. Brain Dead. Man muss objektiv sagen, dass es einfach ein schlechter Film ist. Und eine schlechte Filmreihe. Ich gehe jetzt erstmal nur auf den Regisseur. Es geht noch gar nicht um Herr der Ringe. Aber bei Peter Jackson fängt es ja schon an. Ich zeige dir jetzt mal ein Bild aus Brain Dead, ja. Brain Dead Movie. Du guckst dir das jetzt bitte mal an, ja. Wie das hier schon aussieht. Da. Billig. Hier. Der greift da von hinten durch den Zombie-Kopf durch und die Hand kommt vorne durch den Mund wieder raus. Wie ein schlechtes KI-Bild. So ein Trash, ja. So ein Trash. Und dann ist da so ein Typ, der mit einem Rasenmäher durch so eine Zombie-Hürde durchgeht. Also wirklich, sowas von quatschig. Peter Jackson. Ja, der hätte mal lieber anderen Scheiß inszenieren sollen. Also so. Oder die Precht-Theater oder so. Aber das hier. Guck mal, wie der schon aussieht, Alter. Das ist Peter Jackson nach krass, wo es gar nicht wieder aussieht. Ja. Also da sieht man ja schon, dass der. Auch der Unterschied hier, ne. Es ist schon ein bisschen gealtert. Ja, weil. Wahrscheinlich, weil die Filme so schlecht waren. Genau, der hat schlaflose Nächte, weil Herr der Ringe so ein Dreck ist. Der muss echt diesen Film, frame for frame quasi, sich einverleiben. Dass man dann so alter, das ist 62, Alter. Das sieht aus wie 80. Mindestens, 180, würde ich sagen. So, guck mal. Bad Taste ist halt auch so ein Film. Meet the Feebles. Ich muss jetzt, erzähl noch mal kurz, warum Herr der Ringe scheiße ist. Ich muss kurz ein Fenster zumachen, er ist gewittert. Ich muss halt dazu sagen, ich habe halt einen echt guten Freund, der ist so richtig invested in Herr der Ringe. Den darf ich diesem Podcast niemals, niemals zeigen. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass ich halt kein Fan der Reihe bin. Ich weiß nicht, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich habe auch die Filme nur zum Teil gesehen, aber hat mir halt gereicht. Also ich bin ein bisschen, wie unsere Vorsprecherin, ich weiß nicht, ob man ihren Namen hier sagen darf. Ursula. Genau, Ursula von der Leyen. Bin ich auch einer Meinung, ich habe das angefangen zu gucken und ich dachte so, nee, warum eigentlich? Da gehe ich lieber mir mit einem Hammer auf den Kopf hauen. Drei Stunden, drei Stunden, da habe ich mehr davon. Es ist ja, es ist ja schon mal, wie es anfängt, ja. Genau, großes Gewitter. Einmal hier Querschläger in die Wohnung rein, ins Mikrofon. Das wäre immer noch bessere Qualität als Herr der Ringe. Es fängt an im Auenland, ja. Ekelhaft. Auenland, wie das schon heißt. Das ist so dieses, ich bin Peter Jackson, ich wohne in Neuseeland. Ich inszeniere jetzt mal das Auenland ganz hübsch, um zu zeigen, wie hübsch die Natur von Neuseeland ist. Ich kotze, ja. Neuseeland war gerade so gut für Christchurch, dass wir hier mal an der Zehen gekratzt haben. Ja, stimmt. Aber alles andere, grüne Wiesen, als hätten wir das in Deutschland nicht. Da will ich doch lieber so einen schönen Acker. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, und überhaupt so diese ganze Fantasy-Scheiße, die es immer gibt, wo sie irgendwelche fiktiven Länder... Was machen wir? Wir haben einen Helden, ja, Frodo, da kommen wir gleich zu, der den Ring... Da ist so eine hässliche Missgestalt, ja, die den Ring verliert, weil die dumm ist. Und dann nimmt das der... Wie meine Ex-Frau. Dann nimmt das der Bilbo und der Bilbo gibt es dann den Frodo. Und das sind alles so kleine Hobbitze, ja. Und was macht man? Dann, oh ja, mein Protagonist, der soll sympathisch wirken und es soll so eine mächtige Übermacht sein. Was machen wir mit dem? Ja, wir machen den ganz klein. Das ist ja wohl... Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist ja wohl ganz tief in die Trickkiste gegriffen. So eine Scheiße. Und ich als wokes Arschloch muss auch sagen, sie haben nicht mal Menschen gecastet, die kleinwüchsig sind, sondern haben einfach normal groß Menschen genommen und die halt gecastet für die Rollen. Elijah Wood ist nicht so groß. Ja, der ist trotzdem klein, aber jetzt nicht irgendwie so, dass man sagen könnte, ey, er würde jetzt... Wer prädestiniert dafür, diese Rolle zu spielen? Er ist kein richtiger Halbwüchsiger. Da haben sie lieber mit Perspektiven gearbeitet und irgendwelche Hollywood-Tricks als mal jemand zu casten, der ein bisschen divers ist. Und das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Ich mache erst so die großen Schränkchen auf, weil ich habe die Filme jetzt nicht im Einzelnen vor Augen. Aber die Serie ist einfach... Die Filme ist einfach nicht divers oder die Geschichte ist nicht divers. Es geht nur um Männer die ganze Zeit. Und ich habe mal einen Ausschnitt gesehen auf YouTube, wo sie gesagt haben, hier sind alle Szenen von Herr der Ringe, die durch den Bechtel-Test bestehen würden. Also wo halt zwei Frauen miteinander sprechen, wo sie nicht über einen Mann reden. Da ist einmal ein Mädchen, das weint, sagt Mama. So, das ist alles. Nein, sie sagt, glaube ich, Mama, Mama und sie macht scht. Genau, du, 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 du. Das ist ein großartiges Video. Das ist alles Szenen, in denen Frauen miteinander sprechen, nicht mit Männern, wo sie nicht über Männer sprechen, sondern miteinander sprechen über ein anderes Thema. Und das ist schon sehr traurig, dass sie in, weiß nicht, wie viele Teile gibt es, 1000 Teile von... 20 mindestens. Das ist da einfach nur eine reine Männer, eine Salami-Party. Das wird ja jetzt auch gerade ausgeschlachtet. Du hast eben Serie gesagt und hast dich dann berichtigt. Aber es gibt ja mittlerweile eine Serie, weil einfach das letzte bisschen noch rausgequetscht werden muss, Alter. Aus dieser eh schon nicht existenten Geschichte. Also, da ist so ein kleiner Mann im Auenland. Und der kriegt einen Ring. Wow. Das ist ja schon mal... Aber ich glaube, Komfort, ja, ist mal eine Verlobung. Das ist ein fetter McGuffin ist das. Aber wenn jetzt auch ein Held und muss jetzt irgendwie den... Du musst ihn jetzt wieder ganz schnell loswerden. Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ich warte ja nur auf eine, nicht Prequel, aber auf ein Remake als Herrin der Ringe. Das wäre mal was. Einfach mal sechs kleinwüchsige Frauen. Man weiß ja auch bei Ghostbusters, das ist der beste Film der, wo nur die Frauen mitgespielt haben. Das habe ich auch nicht gesehen, weiß ich nicht. Das ist ein Abstand der beste Film und das wünsche ich mir auch. Herrin der Ringe oder Frau der Ringe. Ja, das wäre ja auch mal was. Aber immer dieses Patriarchat, was ja dann irgendwie Herr sein muss über irgendwelche komischen Schmuckgegenstände. Aber gibt es denn eine Porno? Da ist ja auch schon wieder ein Angriff gegen das Judentum drin, oder? Ja, habe ich auch gesehen. Ich habe ja Chat-Chipiti gefragt nach Kritik an Herr der Ringe. Und hier sind koloniale und rassistische Untertöne. Aha, siehst du? Es gibt Diskussionen über mögliche koloniale und rassistische Untertöne im Werk. Insbesondere in der Darstellung verschiedener Völker und Kulturen. Die Orks und andere böse Völker werden oft als barbarisch und minderwertig dargestellt. Ja, das ist auf jeden Fall Rassentheorie, die man da sieht. Das ist, also jede Rasse, jeder Mensch, jedes Wesen ist gleichwertig. Und nur weil die Orks rumziehen und andere Menschen essen, heißt das nicht, dass das ein schlechtes Volk ist. Weil sie hässlich sind. Das ist halt einfach deren Kultur. Ja, weil sie hässlich sind. Das sind wir ja auch. Also wer bewerte das denn? Da kommt dann der Schönling Legolas angehopst, was auch nur eine Perücke ist. Der hat ja eigentlich gar nicht so ballendes, blondes Haar. Das ist ja auch schon wieder Fake. Und dann kommt der da angewandelt und der ist dann jetzt der Hübsche oder was? Und dann sind die anderen weniger wert, weil die einfach eine große, komische Nase haben und ein bisschen schiefe Zähne, wo Menschenfleisch dran klebt. Die machen dann auf JNTM. Ich habe kein Foto für dich. Du bist nicht schön genug. Bist du fett? Bist du groß? Ekelhaft. Es ist wirklich ganz, ganz ekelhaft. Aber gibt es eigentlich eine Porno-Parodie von Herr der Ringe? Klar, gibt es alles. Die sind bestimmt qualitativ noch hochwertiger als der eigentliche Film. Verbotener Sex mit Evelyn Clare als Arvin in Lord of the Wings x66-Porno. Na, guck. Ich gehe mal auf Bilder und gucke, was da passiert. Evelyn Clare ist auf jeden Fall nicht die normale... Oh ja, Gollum-Porn. Die Hure der Ringe. Guck mal. Guck mal. Gollum ist ja eh so das Ding. Gollum kennst du ja. Selbst wenn man Herr der Ringe nicht kennt Gollum, hat man schon mal gehört. Dieses hässliche, dieses Wesen da. Na genau, das ist so. Die denken auch, dass das irgendwie super die geile Scheiße wäre. Und auch dieses Ding, oh Andy Serkis, der hat da echtes Zapper. Das ist ja der Typ, der das gemotion-captured hat. Der da die ganze Zeit auf dem Boden rumgekrochen will, dafür einen Oscar will, auf dem Boden rumkriechen. Das kann auch jeder. Das kann ich auch. Kriecht da rum und dann gibt es ja diese Stelle, wo er so in die Kamera guckt und macht. Und da kommt dann halt seine echte Zapper raus. Wow. Applaus. Das ist innergeklaut von Dobby aus Harry Potter. Und jetzt wird der hier irgendwie einmal quer durch die Medienlandschaft gepeitscht. Oh Andy Serkis, oh das ist, der kann Regisseur, der kann Schauspiel, der kann Gollum. Wow. Und dieses Gollum etablieren, das geht mir so auf den Sack. Das hat man ja letztes Jahr oder vorletztes, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil es so vergesslich ist. Ach der Film, das Spiel oder so. Das Spiel. Die absolute Hölle. Die wollen auf Krampf diese Figur jetzt irgendwie als Ikone inszenieren. Der ist zwar irgendwie markant, aber keiner mag den doch. Das ist doch scheiße. Wir haben genug Spiele. Wir haben doch Mario und Schach. Ja. Ja, brauchst du nicht. Du musst doch nicht auf Krampf jetzt hier und der neue Film, der da oder ich weiß nicht, ob es eine Trilogie sein soll oder nur so ein Einflug zu werden, bestimmt eine Trilogie wieder daraus pressen, wie sie es schon beim Hobbit gemacht haben. Ekelhaft. Da muss ich mir ja vorstellen, Herr der Ringe, fette Bücher. Und beim Hobbit gab es einen so ganz kleinen, nicht dünnigen Büchlein und da haben die drei Filme rausgeholt aus der Scheiße. Ekelhaft. Kommerzfuhr, sag ich dir. Ist so. Ganz groß. Und jetzt soll es halt einen Film geben, der quasi in der Zeit spielt, in der Gollum diesen Ring nicht mehr hatte und verfolgt wurde von Sauron. Da gibt es ja diesen bösen, dunklen Herrscher, der diese Ringe geschaffen hat. Ja. Und der den einen. Das große Auge, oder? Genau, quasi. Und der diesen einen Ring wiederhaben will und da ist der nämlich ganz sauer. So, und der verfolgt Gollum und presst ihn dann aus, wo ist der, wo ist der Ring? Und in dieser Zeit spielt das dann. Das interessiert keinen Schwein. Natürlich nicht. Es interessiert keinen Schwein. Man weiß, wie es danach weitergeht. Das will keiner wissen. Aber kommen wir nochmal zu Herr der Ringe, weil das ist wirklich, also die Haupttrilogie, das ist wirklich das Allerschlimmste. Du hast es eben mit den Frauen angesprochen. Ich nehme es jetzt ein bisschen vorweg, weil das aus dem zweiten Teil ist. Da gibt es eine Szene, da sagt ein, wie heißen die, ich weiß nicht, wie die in der richtigen Sprache, also es sind so Ringgeister, die heißen irgendwie Nahirim oder so Namiri. Ich nenne sie einfach mal Namiri. Und von denen gibt es ein paar. Und da gibt es dann diesen einen Hexenmeister von Angmar. Und da heißt es, kein Mann kann mich töten. Und da gibt es natürlich, das ist ja auch ein Trope, das hat Mulan schon durchgespielt. Dieser Trope von, eine Frau verkleidet sich als Mann und tut dann so, als wäre sie ein Mann, um in der Armee respektiert zu werden. Und das ist Eowyn, das ist die Tochter von Eomer, nee, das ist die Schwester von Eomer, das ist die Tochter von Theoden, so rum. Und da gibt es dann halt diese tolle Szene, wie er sagt, du willst mich umbringen, kein Mann kann mich umbringen. Dann nimmt sie so richtig klischeehaft den Helm ab und sagt, ich bin eine Frau. Und dann sticht sie ihm in den Schädel und dann ist er tot. Das ist doch traurig. Das ist doch, das hat man doch schon tausendmal gesehen, oder? Das muss doch nicht sein. Das ist doch. Wenn man diese Klischees rausholt, überhaupt, dass man auf Geschlechter so eingeht in der Geschichte, finde ich eigentlich Quatsch. Ja. Überhaupt. Also haben wir über kleine Hobbits schon mal geredet. Sind die nicht immer klein? Ja, was ist da her? Suchet noch nach Diversität. Fehlen von Diversität, ja. Genau, die Welt von Mittelerde wird als etnisch homogenen kritisiert. Ja, guck mal, die ganzen Elben, die sind alle weißhäutig. Genau, gab es nicht irgendwie einen Org, der jetzt schwarz sein sollte oder so? Ich glaube, einen schwarzen Elben jetzt in der Serie. Schwarz Elbe, genau. Da sind sie endlich mal eingeknickt. Also warum denn nicht schon früher? Aber es geht ja auch nur um Zaster. Na klar, es geht ja auch nur um Zaster. Also jetzt doch von der Wokebubble so einholen lassen, ne? Und vorher war denen das scheißegal, da haben sie drauf geschissen, jetzt wo es Geld gibt. Ja, weil Peter Jackson, der ist bestimmt auch ein Rassist, weil in Neuseeland gibt es auch nur Weiße. Und das kann sein. Und Aborigines, aber die werden weggesperrt und so Sachen. Deswegen auch RR für Rassismus, Rassismus. Und für Pirat sein. Ein Pirat ist der auch. Tolkien, das ist ganz schlimmer. Ich glaube halt, der hat wirklich, warte mal, da müssen wir jetzt wirklich mal tiefe Recherche machen. Ich glaube, der hat wirklich Dreck am Stecken. Ich dachte aber, einen, der ist ausgedacht, ne? Von diesen beiden RRs. Das weiß ich nicht. Tolkien Scanned? Du heißt ja irgendwie Richard... Richard David Tolkien. Guck mal. John Tolkien sexually assaulted him twice. Wen jetzt? Christopher Carey. A Birmingham man who told the bla 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 bla. Der ist eigentlich schon ausreichend für ein Canceln. Ja. Also der wurde halt leider von seiner Lebenserwartung schon weggecancelt. Richard Tolkien's son sexually abused by one of father's friends. Ja, ist ja fast das Gleiche. Ist nah dran, ja. Seine Verantwortung. Da hat der Vater halt schlecht aufgepasst. Ja, aufsichtslos verletzt. An dieser Stelle würde ich dann wirklich mal wünschen, dass dieser Film nicht mehr vertrieben wird. Der ist mir J.K. Rowling fast sympathischer als RR Tolkien. Ja. Warum hat die eigentlich nicht noch ein paar R's im Namen? John Tolkien. Warte mal, das ist glaube ich ein anderer, oder? Aber das ist Kate auch erfunden von J.K. Rowling. Heißt ja, John Tolkien ist, hier steht John Tolkien in Klammern Priest. Und das ist der älteste Sohn von J.J. J.J. Jonah Jameson. John Francis Wael Tolkien. So undurchsichtig die Geschichte. Man sieht, die ganze Familie, die ist durchtrieben ohne Ende. Da ist wirklich nichts zu holen. Die Familiengeschichte ist so undurchsichtig wie die Geschichte von Heather Ringer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht diese Geschichte damals auch mit sowas wie J.J.B.T. geschrieben haben oder so Ghostwriter oder so. Damit ging es sogar aus. Ja. War er ja nicht sogar sehr alt, als er angefangen hat, das zu schreiben, Tolkien. Bestimmt. Es gibt auch so einen Motivationsspruch irgendwie. Tolkien war auch erst 50, als er begann, Heather Ringer zu schreiben. Ja. Nee, Brennpunkt. Ich werfe jetzt nicht durcheinander mit George R.R. Martin. Der ist immer noch alt, der wird auch nie wieder jünger. Also er lebt noch, ja. So. Ja, und dann muss man jetzt nur sagen, es gibt ja diese Entourage aus Hobbits, ja. So, das sind Frodo, sein fucking Gärtner, Samwise. Was soll denn das sein? Gärtner. Ein Gärtner hat überhaupt nichts zu sagen, ja. Und dann auch noch, im Buch ist Frodo irgendwie auch schon irgendwie Ende 50 oder so, wenn der los macht. Und hier, Elijah Wood, ja, das ist auch wieder, da muss da süße kleine Schönling gecastet werden. Das ist ja auch fürchterlich. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht, aber ja, glaube ich. Nee, der hat hier so die Augen und so. Der hat Augen? Ja, guckt immer so komisch. Schönling. So, und dann gibt es Merry und Pippin, die zwei dümmsten von allen. Pippin ist der allerdümmste. Merry, naja, so. Und du gehst, die ganze Zeit kriegst du nur einen Hals, wenn du die siehst. Nur einen Hals kriegst du. Weil die nur Scheiße bauen, nur dumm sind. So, und dann ziehen die los, weil, ah, da gibt es so einen Ring und wir begleiten jetzt den Frodo. Und dann treffen die in Bré auf Bré, ist ja auch so ein Ding, ja. Jeder, jeder. Richtiger Bré. Ja, genau. Jeder Scheiß-Jugendliche sagt jetzt immer Bré, Bré, Bré. Dann haben wir auch Peter Jackson zu verdanken. Ach, soziales Schwein. Und unsere Jugend versaut von Herr der Ringe. Ja. Also können wir sagen, da sind schon mal keine Fachkräfte unterwegs. Das ist richtig. Ja. So, und da treffen sie nämlich den Streicher, wo ich mir auch denke, das klingt gefährlich, nah an Stricher. Ja. Was auch schon wieder, das ist so eine dubiose, dunkle Gestalt, wo irgendwie wieder Sexwirker hier irgendwie negativ dargestellt werden. Was soll die Scheiße? Und Geldbetteln wahrscheinlich noch so langstreichermäßig. Ja, genau. Und das ist halt dann dieser Aragorn. Zufällig, rein zufällig treffen die sich. Der Aragorn entpuppt sich am Ende als eigentlich wahrer Thronfolge. Rein zufällig treffen die sich in so ein Wirtshaus. Gar nicht konstruiert. Das ist wirklich, das ist so wirklich am Reichsbrett zusammengesponnen. Ekelhaft so. Und dann kommen dir das erste Mal diese Ringgeister zu Frodo. Die jagen den halt quasi die ganze Zeit schon. Die kommen dann da hin. Und dann flüchtet er so mit, das ist auch wieder so konstruiert. Da kommt dann so eine Elbe, die eigentlich, weil Elben sind ja uralt. Die sind auch 300, 400, 500 Jahre alt. Gandalf ist irgendwie 1500 Jahre alt. Das ist so ein Ranziger. Aber 1000, schon jetzt so P-Sintersicht. Genau. Eben, die aussehen wie 80 oder so. Habe ich vergessen zu erwähnen. Gandalf ist natürlich so ein ranziger, grauer Mann. Dann wird du abklatsch. Der hat einfach nur so das Billy-Eilisch im Prinzip. Einfach nur so einen Sack an. Genau, ja, stimmt. Und einen komischen Hut auf. Der häckst einen Hut auf, einen langen Bart, genau. Und genau, die sind halt alle sehr alt. Aragorn ist auch alt mit 84, glaube ich, oder 87 oder so. Völlig verwirrt einfach. Aber stell dir das bitte mal vor, da ist eine... Ich gucke mal, ich gucke mal nach, wie alt die ist. Aber wissen wir jetzt schon, warum er diesen Ring wegschmeißen muss? Ist er irgendwie... Der ist gefährlich. Oder muss er jetzt zu Wertstoffhof? Oder ist er jetzt irgendwie... Der muss zu Wertstoffhof, weil der gefährlich ist. Eowyn H. Wie alt ist die? Nicht Eowyn. Was habe ich denn jetzt wieder gegoogelt? Was macht denn der Ring? Warum ist denn der Böse? Liv Tyler. Wie heißt denn die fucking... Die Figur im Dings? Liv Tyler. Liv Tyler. Liv Tyler spielt in Lord of the Rings eine... Fucking Elbin mit dem Namen... 46. Ist die Schauspielerin jetzt. Hä? Arwen. Was habe ich... Ach, Arwen und Eowyn, die heißen einfach alle gleich, Mann. Ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen. Ich habe die einfach vertippt. Hermine und Ron, keine Ahnung. Arwen H. So. Die ist einfach 2.901 Jahr alt. Aber es sieht so aus. Überleg dir das mal. Und die kommt zusammen mit einem Typen, der erst mal 87 ist. Ist ja voll pädophil. Das ist de facto pädophil. Ja. Das ist... Also wenn man das mal runter bricht, ja. Die ist ja... Weiß ich nicht... Matt, Robin. 30 Mal so alt wie der oder so, ja. Also 1800 Jahre alt. Und jetzt stell dir mal vor, jemand, der 30 ist und eine Einjährige. Oder eine 30-jährige Frau und ein einjähriger Junge. Und ein Einjähriger oder ein Tausendjähriger. Ja, das ist ja auch das Gleiche quasi. Das wäre nicht in Ordnung. Ja, nee. Finde ich nicht gut. So. Und das wird hier zelebriert als, oh, das ist so eine schöne Love-Story. Und die sind so gleichberechtigt. Und, oh, das ist so schön. Die hat so viel Lebenserfahrung. Wie sollte er das denn jemals nachholen können? Das ist alles die Kluft viel zu groß. Und die kommt dann nämlich da zum Brä an, ja. Und entführt ihn dann den Hobbit da, den Frodo. Und dann reiten die so querfeldein und die Musik schwellt. Und Peter Jacks wieder, ach, guck mal, wie schön mein Neuseeland ist. Heizmaul. Aber auch entführt sie ihn jetzt? Ich will so einen schönen Thüringer Tannenwald. Ja. Können wir mal eine Thüringer-Ariente machen? Sie entführt ihn halt nicht. Sie gibt vor, ihn zu beschützen, sag ich mal. Vor den Ringgeistern. Also sie gibt es nur vor, aber sie will ihn eigentlich entführen. Nein, sie schützt ihn schon. Ach so, Spoiler alert übrigens. Wenn ihr das noch nie gesehen habt, den Brennpunkt nicht hören. Und dann, was passiert? Natürlich wird er abgestochen. Die hat es richtig verkackt. Die Frau. Wobei ich, glaube ich, gerade was durcheinander bringe. Ich glaube, er wird erst abgestochen und dann kommt sie. Aber ist egal. Das kommt aufs selbe hinaus. Frodo wird hier eingegiext. Mit so einer Klinge von den, von diesen, so eine vergiftete Klinge von den Doftraki. Der überlebt das wahrscheinlich. Der überlebt das, ja. Weil er wäre sonst doof, wenn die Hauptfigur quasi stirbt. Und das ist einfach, das ist so ein Toho Wabo. Du siehst ja gerade an meiner Berichterstattung, dass da einfach nichts Sinn ergibt. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja wie viele gerade sagen. Lifthaler, Alter. Nee, aber nochmal, warum? Der Ring ist gefährlich. Ja. Und dann wird doch kommen quasi zu Frodo und sagen, hier, der Ring ist gefährlich. Ja. Wahrscheinlich ist es der Ring seiner Ex oder so. Ja, der traut sich nicht mal, den anzufassen. Dann legt ihn ins Feuer und dann so, oh. Und dann ist der aber gar nicht heiß, aber der ist trotzdem gefährlich. Das ist ein Käse. Aber Frodo muss ihn anfassen. Ja. Okay. Weil der ist so rein, oh, der ist so klein, so ein kleiner, süßer, putziger. Der ist so rein in seiner Seele, da kann man so richtig dem die Bürde aufhalsen. Er sagt, dann nimm deine Kumpels mit und bring das zum Wertstoffhof. Und dann, wenn es zu weit ist, sagt er Bescheid, dann ist wieder alles gut. Das ist quasi die Geschichte erst mal. Ja. Okay. So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, ja. Der muss ja, der Wertstoffhof ist ja quasi so ein Vulkan am anderen Ende der Welt sozusagen. Oder des Landes, sagen wir mal so, Mittelerde halt. Das Kontinent wahrscheinlich trifft es am ehesten. Aber da kann auch Zauberland dann bedohlen. Ja, pass auf. Ganz am Ende, Spoiler, ja. Ganz am Ende sind die ja auf dem Vulkan und werden dann von so riesigen Vögeln gerettet, vom Vulkan weggeflogen, wieder zurück nach Bruchtal, wo diese Orben, die ich gerade, diese Elben, die wohnt da, zusammen mit ihrem Vater, Agent Smith, ja. Die wohnen da. Und da werden die wieder hingeflogen. Aber es kommt denen nicht in den Sinn, diese Vögel mal zu verwenden, um da hinzufliegen und einfach den Ring quasi einfach hinfliegen, Ring rein, wieder zurück. Aber das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Wenn man so nur hier einen Anruf machen müsste, müssen wir eure Vögel ausleihen. Ist so. Fliegen da hin, schmeißen. Falten Taxi. In den Vulkan. Und so hätte es diese ganze, das Tuchu-Awohu der Geschichte nie gegeben. Ja. Hier. Dann merkst du, wie konstruiert das ist. Gullum würde noch leben, alle wären glücklich. Ja. Toll. Es ist so asozial, wirklich. Toll geschrieben. Das bricht einfach in sich zusammen, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt. Ja. Nicht mal länger, gar nicht eigentlich. Ja. So. Währenddessen, ja, die da ihren Scheiß da machen irgendwie, sich abstrichen lassen oder die Ringgeister, geht Gandalf wiederum zu so einem anderen Zauberer, Saruman, ja. Mhm. Krasser Metal-Singer auf jeden Fall. Und der ist aber ein böser Zauberer, stellt sich später raus. Mhm. So. Ist auch ein Kripppunkt. Und Gandalf, der angeblich so intelligent ist, hat das nicht geahnt, ja. Ja. Und checkt das dann erst, wenn er den besucht und wird dann von dem da geknechtet. Das ist auch ein Kripppunkt. Das ist die beste, mal ganz kurz, das ist die beste Szene in den drei Filmen, weil da macht Gandalf so Breakdance und wird so richtig durch den Raum, der leidet so richtig, da applaudiere ich jedes Mal. Aber das ist die Story von drei Filmen. Nee, das geht noch weiter. Das ist jetzt ungefähr die erste Stunde vom ersten Film. Nee, aber ich meine jetzt, der Weg vom Ring zum Wertstoffhof ist in drei Filme. Ja. Okay. Naja. Enttäuschend. Drittens, hier schreibt die KI Schwarz-Weiß-Malerei. Die klare Trennung zwischen Gut und Böse in der Herr der Ringe wird als zu simpel und unrealistisch empfunden. Einige KritikerInnen sehen dies als eine vereinfachte Darstellung der Realität. Ist so. Ja, vor allem die Realität spielt ja auch eine große Rolle in der Herr der Ringe. Ja, haben wir gerade gemerkt, ja. In diesem Fantasy-Epos. Und das ist richtig, weil man beachtet ja nicht die Seite. Die Uruk-Hai und die Orks, die es da gibt, die wollen ja auch nur leben. Die Hayop-Hais und die Slytherin. Die wollen ja auch nur irgendwie Menschen essen und Länder erobern. Und da dann irgendwie zu sagen, ja, die sind jetzt böse, nur weil die irgendwie eine andere Diät fahren als wir, wäre das irgendwie ein bisschen kurz gedacht. Ist wie der Streit zwischen veganen Menschen und fleischessenden Menschen. Ist so. Ist nichts anderes. Ja. Und wenn jetzt plötzlich die Veganer anfangen würden, ey, hier, ihr Fleischesser, wir werfen jetzt bei euch einen Ring ins Feuer, da würde es aber auch ein großes Geschrei geben. Ach, von diesen Orks quasi ist das das Land, wo der Ring ist. Ja, der Vulkan ist Mordor. Und da dürfen die nicht reinschmeißen. Die haben quasi gesagt, hier wollen auf dem Weg stoppen. Das ist ja ein Zuhause, da ist schön und dunkel. Zuhause ist schön, schön und deutsch, sagen die da. Aber was fürchten die denn, die Faschos da? Also, wovor haben die Angst? Wer sind jetzt die Faschos? Ja, die Orks. Warum lassen die denn jetzt irgendwie hier den Frodoman, den Jürgenreis? Naja, wenn der Ring kaputt gemacht wird, dann ist Saruman kaputt und dann verliert Mordor an Macht und alle schlecht. Ach so, und die Orks, die wissen das? Und wollen, dass die Macht von diesem großen Auge nicht kaputt geht? Die beschützen den, ja. Ah, das macht ein bisschen Sinn weniger. Das ist ja auch, das ist ja irgendwie, als würdest du eine Ameisenkönigin angreifen und dann dich beschweren, dass die Ameisen sich wehren. Das ist ja einfach nur gemein. Natürlich. Du musst ja auch mal da ein bisschen Mitgefühl haben. Hab ich nicht ehrlich gesagt. Ja, das ist wirklich ein bisschen kurz gesagt. Pass auf, wir sind jetzt hier bei Isengard. Ja, da wohnt dieser böse Zauberer. The second top is to Isengard. Genau. In Isengard wiederum, der baut da alles um. Seinen Turm hat er da. Deswegen auch die zwei Türme, der zweite Film. Gibt es nämlich den Turm mit dem Auge und den Turm von Isengard. Und das baut er um und da erschafft er dann die Uruk-Hai. So, das ist quasi so eine Züchtrasse. Eine Mischung aus, weiß ich nicht, Dreckshunden oder so und Orks. Ja, richtig mächtige Wesen. Und die werden dann auch gehatet. Und das finde ich nicht nett, weil die haben sich ja nicht ausgesucht zu leben. Und dann, die kommen auf die Erde und werden irgendwie direkt gehatet. Das ist auch wieder ganz klarer Rassismus, Spezifizismus und Spezizismus. Und dann, ganz nebenan, und da kommen wir zum allerschlimmsten Part von allen drei Filmen, gibt es die Enns. Da gibt es einen Wald, einen großen Wald, der abgeholzt wird. Die gendern quasi die Enns. Genau. Die holzen diesen Wald ab, um quasi diese Fabrik, die da unter Isengard gebaut wird, anzufeuern. Um diese Uruk-Hai da zu basteln und so. Und in dem Wald sind aber nicht nur normale Bäume, sondern auch die Enns, die Genderbäume. Und die wiederum können laufen und sprechen, aber ganz langsam. So, und pass auf. Ich nehme jetzt ein bisschen was vorweg. Wir skippten gerade ein bisschen was. Aber dann gehen die zwei dümmsten Hobbits, Frodo und Sam, gehen Richtung Berg weiter. Und Merry und Pippin, die beiden richtig dumm. Die gehen in diesen Wald und sprechen mit diesen Enns-Leuten. Und die reden die ganze Zeit so. Und so kannst du auch den Film strecken. Und der ganze zweite Film, ja. 50% ist diese Scheiße. Ein Dialog eigentlich nur, ne? Ist so. Ja. Weil die Enns müssen sich untereinander erstmal beraten, ob das Sinn ergibt, dass die sich wehren. Da wird der Wald abgeholzt und die müssen sich erstmal beraten, ob die jetzt dagegen was machen wollen. Es ist wirklich so rotzendohol. Und das geht, das ist wirklich, es ist wirklich wie ein Schlag in das Gesicht des Zuschauers. Ja. Das geht eine halbe Stunde, ja. Wie die da so langsam in ihrer Endsprache reden. Man versteht nichts. Und es raschelt und blä 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 blä. Ja. So. Und dann fragen Merry und Pippe nach, ja, und? Was ist jetzt das Ergebnis? Ja, wir haben jetzt erstmal nur Hallo gesagt. Okay. So. Und da will ich doch in den Fernseher boxen, Alter. Besteht übrigens auch, auch ein Kritikpunkt der KI ist, Länge und Erzähltempo. Ja. Einige Leser und Kritiker finden das Werk als zu lang und stellenweise langatmig. Die detaillierten Beschreibungen und langsamen Passagen können den Lesefluss stören. Nicht nur den Lesefluss, auch den Guckfluss. Guckfluss. Ja. Den Guckguckfluss. Es ist wirklich fürchterlich. Und dann hast du eigentlich eine der geilsten Schlachten. Naja, obwohl geil ist da nichts, aber da ist eine solide Schlacht, ja. Ja. Wo Dinge passieren. Und dann wechselt das immer hin und her, Tino. Ich glaube, ich sehe es nicht. Das Pacing. Das On-Off, On-Off. Du denkst, oh geil, da kriegen richtig Leute aufs Maul. Jetzt passiert endlich mal was. Und dann wieder wie irgendwelche Bäume reden. Schlacht, 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 Schlacht. Bäume reden. Bäume reden. Bäume reden. Es ist, als wenn die kämpfen würden, die Bäume. Oder wenn sie ganz langsam zuschlagen würden. Du willst selber diesen Wald anzünden. Es ist wirklich so schlecht. Ja, auch einfach gewesen. Einfach anzuzünden, oder? Ja. Ich kann doch eh nicht wegrennen. Ey, wirklich. Ich kriege da so Kretzeln, ich da nur drüber nachdenke. Echt. Ganz, ganz fürchterlich. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen was übersprungen. Die gehen zwischendrin noch nach Moria. Erst wollen sie über einen Berg. Ach, Moria war doch ganz groß in den Medien vor ein paar Jahren. Die wollten Flüchtlinge anzünden in Moria. Auch hier wieder Peter Jackson und J.R.R. Tolkien. Martin. Ganz schlimme Finger. Flüchtlingsfeinde. J.K. Menschenfeinde, möchte man meinen. Die wollen erst über einen Berg. Aber dann, und jetzt kommt es, Saruman fängt an mit Singen. Der macht la 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 la. Und dann rutscht da ein bisschen Eis auf dem Berg rum. Und dann Gandalf direkt, oh nein, das können wir nicht machen. Jetzt müssen wir umdrehen. Weil wer hätte das denken können, dass es Lawinen auf einem eisigen Berg gibt? Also Musical incoming quasi. Ja, auch. Aber an jeder Stelle heißt, oh, der Gandalf, der ist so klug mit seinen 1500 Jahren. Und dann kann der nicht bedenken, dass wenn man irgendwie zu Fuß über einen Schneeberg geht, dass es vielleicht ein bisschen riskant ist. Drehen wieder um. Gehen unterm Berg durch. Wollen nach Moria rein. Moria ist quasi, das ist ja jetzt mittlerweile so eine Gemeinschaft geworden. Da habe ich auch ein bisschen übergangen, weil das ist natürlich da auch ganz wieder wichtig, dass ein Zwerg dabei ist, ein Hobbit, ein Elb, ein Mensch, ein Zauberer. Zwangsdiversität. Ja, es ist wirklich schlimm. So, und das ist quasi dann die alte Heimat der Zwerge, Moria. Die Minen von Moria. Und da, pass auf. Schlumpfenhausen quasi. Weißt du, warum die gestorben sind? Weil. Corona. Die haben nicht mehr erkannt, wer Männlein und Weiblein sind und haben sich deswegen nicht mehr fortpflanzten. Das ist auch wieder Kritik an der heutigen Genderbewegung, oder? Ist so. An nicht-binären Menschen, an Transmenschen. Ja, weil die Frauen bei den Zwergen auch Bart haben und deswegen konnten sie sich nicht mehr fortpflanzen. Also Rotzen holen, oder? Ghost-Whiterin J.K. Warding, sag ich die alle. Es ist ganz, ganz finster. Es ist ganz subversive Kritik an der heutigen Genderzeit. Ja. Und damals schon, ne? Vorausgesehen. Visionär, kann man sagen. Uraltes Buch. Aber so schlecht umgesetzt trotzdem. So plump einfach. Das ist echt plump. Das wird hier auch übrigens beschrieben in Punkt 2 von Chet-Chipity, nämlich Charakterdarstellung. Ja. Es wird oft bemängelt, dass die Charaktere wenig Tiefe haben. Und stereotypisch wirken. Insbesondere die weiblichen Figuren werden als unterentwickelt und in traditionellen Rollenbildern gefangen kritisiert. Also da muss ich sagen, Frauen sind ja auch in der Wirklichkeit unterentwickelt, von daher... Ich dachte, das ist Fantasy, weißt du? Ach so, stimmt. Ja, da müsste eigentlich aus der Frau ein bisschen mehr rauszuholen sein, aber scheinbar nicht. Da, wo Chancen waren, verpasst wurden von George, Arnold, J.K.R. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das... Ne, das ist nach den Minen von... Oh, kommen wir gleich noch zu... Gibt noch ganz eine schlimme Frau. Oh, es ist wirklich die schlimmste Frau von allen. Oh, da kriege ich's Kotzen. Aber die gehen halt erstmal da rein. Und dann, wie du auch sagst, ja, Charakterzeichnung ist quasi nicht vorhanden. Der Zwerg ist halt, wie man sich einen Zwerg vorstellt, der hat natürlich eine Axt und vielleicht mal eine Armbrust oder so. Und langen Bart, stimmt auch. Weil man hat ja noch nie einen Zwerg mal mit einem Bogen vielleicht gesehen. Zwerge müssen halt immer Armbrüste haben. Es ist wirklich so ein Klischee. Der Elb hat natürlich dann wieder einen Bogen. Es ist so ein Quatsch. Und dann gehen die da rein. Und dann kommt natürlich ein Ballrock. ein großes Feuerwesen. Und Gandalf stellt sich da vor und sagt, du kommst nicht vorbei und mach dann die Brücke kaputt. Warum jetzt Gandalf? Ich dachte, der ist zu Hause und stillt seine Hände. Nee, Gandalf kommt da mit. Das ist ja die Gemeinschaft. Das sind die Gefährten. Ach so. Neun Leute, die quasi sich aufhören. Die ganze Zeit war Gandalf mit. Ja, ich habe ja vorweggenommen vorhin, dass Frodo und Sam alleine losging. Okay, okay. Kommt, oh, siehst du, das ist so, das ergibt nicht Sinn. Die spalten sich auf und treffen sich wieder. Das ist wirklich nur Geschwaller. So, und dann macht Gandalf so die Brücke kaputt. Und der ach so intelligente Gandalf dreht sich um. Während quasi der Ballrock mit einer langen Peitsche nach unten fällt, dreht sich Gandalf schon um und so, oh, puh, das war anstrengend, so schön Schweiß von der Stirn. Und der Ballrock peitscht natürlich nochmal nach oben und erwischt den am Bein und zieht den mit runter. Und Gandalf fällt in die Schlucht. Und man weiß nicht, was passiert da. Rotzenhol, oder? Dieser ach so intelligente lässt quasi seinen Gegner nicht in Ruhe sterben, sondern dreht sich schon mal weg. Tausend Jahre Erfahrung für die Katz, würde ich sagen. Es ist wirklich so dumm. So dumm. Und alle so, jetzt muss ich gucken und nicht, dass ich das ausmalte. Alle so, oh nein, Gandalf ist tot. Alle heulen rum. Und er wäre der, der es gewesen wäre, das zu verhindern. Jetzt musst du kurz nochmal sagen, ob Gandalf scheiße ist. Und das war ein Cliffhanger sozusagen, ja? Ja, war wirklich. Dass wir dann da Gandalf Dumbledore abklatscht, da diese Brücke da runterfällt und diese Stucht runterfällt. Und alle sich fragen, oh nein, was wenn er jetzt tot ist? Aber er ist, lass mich raten, er ist nicht tot. Das ist ja eine spoilerfreie, oder eine spoilererfüllte Ausgabe. Die darf man nur, sie anhören, ich wiederhole, wenn ihr es noch nicht geschaut habt. Ich habe es noch nicht zu Ende geschaut. Ich habe ihn im ersten Teil mal gesehen, vor einiger Zeit, aber auch nur halb, hat mir gereicht. Alle am Heulen, ganz schlimm, alle am Schreien, Frodo rastet aus. Der ganze Film über, der endet in dem Wissen, der kommt nicht wieder. Und dann natürlich der nächste Film, er ist zurück. Aber nein, ist er nicht, denn er ist jetzt nicht mehr Gandalf der Graue, er ist jetzt Gandalf der Weiße. Gandalf der Graue ist tot, weil der hat nämlich Ionen ewig, wochenlang mit diesem Balrog noch gekämpft. Und der ist dann urplötzlich quasi, der ist meilenweit nach unten gefallen. Und irgendwie kämpfen die dann plötzlich auf einem Berg oben. Das ergibt auch alles gar keinen Sinn. Berghoch gefallen. Und dann hat er den Balrog irgendwie noch besiegt und plötzlich ist er Gandalf der Weiße, weil wenn ich mir jetzt weiße Klamotten anziehe, bin ich auf einmal krass. Imagewechsel quasi, ist da zugelegt. Ja, so. Da kommen wir noch nicht zu. Die gehen erstmal aus Moria raus und dann in den schlimmsten Wald von allen, weil der heißt so richtig freudig, Lothlothrien heißt der. Kann kein Mensch aussprechen. Und da kommen wir jetzt nämlich zu der schlimmsten von allen. Galadriel. Wenn ich den Namen schon höre. Jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, das ist ganz fürchterlich. Es soll so eine ganz erhabene Lady sein. Und es ist ganz, ganz fürchterlich. Stereotype. 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 Ja, ja. Und die hat auch nicht viel zu sagen. Die gibt halt, die gibt dem Sam irgendwie so eine scheiß Fiole mit irgendeinem Pissewasser drin oder so und erzählt die ganze Zeit nur Gülle. Und dann die allerschlimmste, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das CGI. Es ist ja auch so finster gealtert. Ja, das ist viel geiler in den Hobbit-Filmen später. Da haben die nämlich nur vor Greenscreen gedreht. Das sieht einfach viel geiler aus. Und da haben die halt viel so noch mit echter Kulisse gefilmt. Und da beißt sich das natürlich mit dem CGI. Ja, lächerlich einfach. Und es gibt so eine Szene, wenn Galadriel so quasi ausrastet und jemand beeindrucken will, dann da verschiebt sich das ganze Bild so und sie wird plötzlich so dunkel und so. Und das sieht so hässlich aus, Alter. Und ich denke mir nur, Galadriel, was willst du, Alter? Du kannst ja erzählen, aber wenn du einmal eine Faust in die Schnauze kriegst, da bist du ruhig. Ja. Und das wird halt da überhaupt nicht irgendwie, ja, ich bin jetzt hier eine Krasse, weil ich stehe jetzt hier irgendwie in einem Kleid rum. Wow. Cool. Aber das spricht nur zu Männern offensichtlich. Das ist dann so eine einzelne Frau, die immer auftritt, um uns zu simulieren, dass das eine Vielfalt ist. Aber eigentlich... In der Gefährtenabteilung hier, da ist halt keine Frau dabei. Genau. Die treffen mal auch Frauen. Ja, das passiert hin und wieder. Aber bei den Gefährten, das sind alles Männer. Aber die müssen dann wieder gehen, die Frauen. Wobei Männer, also diese Hobbits, das sind ja wohl keine gestandenen Männer. Genau. Uiuiui, auch das noch. Ja. Es ist wirklich schrecklich. Aber wo endet denn eigentlich Teil 1? Also was ist dann... Ja, da... Boah, Dino, da kommt noch einiges, du. Es tut mir leid. Also Lothlothrien, ja, da gehen die dann weiter. Ich bin jetzt schon gelangweilt, Alter, in der Geschichte. Lothlothrien. Und... Wer hat das geschrieben, sag mal, ja. Ja, es heißt Lothlothrien. So ein Scheiß. Ist egal. So, dann gehen die weiter und dann kommen nämlich die Urukai. Das sind die krassen, ja, diese Neuen. So, und die wollen einfach nur ihr Leben leben. Und dann kommen die, treffen auf die Gefährten. Und da spalten die sich quasi. Einer, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Dieser Aragorn ist halt dabei. Der eine Elbe Legolas. Und dann ist noch so ein anderer Mensch dabei. Das ist Boromir. So, und Boromir ist natürlich der Allergeilste, weil es der Einzige ist, der mal vernünftig ist und sagt, wir haben hier eine mächtige Waffe, diesen Ring, warum setzen wir den nicht einfach mal ein, ja? Ja, aber was macht die denn? Das würde, als würde Frodo mit Atombomben rumlaufen und wir sagen, ja, nö, die Atombomben, die müssen wir jetzt mal ins atomare Endlager bringen, statt irgendwie unsere Feinde damit zu beeindrucken. Das wäre ja echt dumm, ja. Ja. So, und deswegen ist er die geilste Figur. Und der, weil der so ein Held ist, schützt dann auch die Hobbits vorm Sterben, indem man sich vor die stellt und so viele Armbrustbolzen in diesem Kampf mit den Uruk-Kai kassiert. Der ist so ein richtiger Ehrenmann. Mhm. Aber alle so, oh, der Boromir, der wurde vergiftet vom Ring, bla bla bla. Der ist der Einzige, der dann durch, der ist wie Shane bei The Walking Dead Staffel 1, ja? Auch Staffel 2. Der ist der Einzige, der Durchblick hat. Mhm. Der klar denken kann. Genau, der einfach mal die Macher ist, sag ich mal. Aber was macht der Ring jetzt hier in dem Kampf? Na, in dem Ring macht er gar nichts. Ich glaube, Frodo setzt ihn da kurz ein, um sich unsichtbar zu machen. Mehr kriegt er auch nicht auf die Frage. Aber das macht der Ring unsichtbar quasi? Das macht er halt bei Frodo, weil Frodo so ein Dulli ist, der nichts anderes damit anfangen kann. Mit mächtigeren Leuten kann der Ring mächtigere Sachen machen. Mhm. So. Ja, die werden natürlich die ganze Zeit auch von Gollum verfolgt, weil der seinen scheiß Ring wiederhaben will, bla bla bla. Wie ist das wieder? Naja, Gollum hat ja den Ring ursprünglich in Mordor gefunden. Mhm. Ähm, wobei ich glaube, nee, der hat den nicht in Mordor gefunden. Der ist dann in Mordor gefoltert worden. Der hat den, glaube ich, tatsächlich im Auenland gefunden oder so. Ist egal. Der hat den auf jeden Fall gefunden. Der hat so ins ranzige Wasser gegriffen, hat durch Zufall diesen Ring gefunden, hat den dann irgendwie jahrzehntelang gehabt. Dann wurde der so eine richtig widerliche Pestbeule, weil der Ring den irgendwie verdorben hat. Das sieht so hässlich aus. Da kriegt sie kotzen, wenn du das siehst. Der ist wie ein Horcrux, der macht dich quasi richtig schlecht Gelaunen und so. Okay, verstehe. Ja, genau. Das ist wie, als würdest du Videos von Anni the Duck gucken. Ich habe das Gefühl, dass Fantasy-Geschichten immer irgendwie ähnlich sind. Ähnliche Symboliken haben und ähnliche... Ich glaube auch, dass Tolkien sich da bei Harry Potter bedient hat. Ich denke aber auch, du. Es ist wirklich frecher. Und wo sind wir jetzt? Ja, Gollum verfolgt die alle, bla bla bla. Bochumir stirbt. Alle so, oh nein, Bochumir, oh bla. Bochumir wiederum war so ein krasser Atze von Gondor. Und dann gibt es noch Rohan. Das ist quasi wie, ja, wie kann man sagen, so Deutschland und Frankreich. Gibt so eine gewisse Rivalität. Aber man, wenn irgendwie ein gemeinsamer Feind ist, da stehen wir vielleicht auch mal füreinander ein oder so. Was weiß ich. Ganz großes Geschwander. Egal. So, und dann werden die halt getrennt und gehen gemeinsam nicht mehr weiter. So, da geht dann Frodo mit Sam, ja. Die treffen dann auf Gollum. Die drei sind dann ein Team. Dann gehen Aragorn und Legolas und Gimli, gehen weiter. Aber auch, wenn sich Gollum den anschließt, der will den Ring wieder haben. Ja, der will den wieder haben. Aber der sagt dann so, oh nee, du bist der Herr, du bist der Herr. Garstige Tüften, du bist der Herr. Es ergibt alles keinen Sinn. Da will halt eigentlich, der Gollum ist halt so ein bisschen zweigespalten. Da will eigentlich, die eine Seite will dem Herrn helfen, also Frodo, ja. Und die andere Seite will dem nachts den Finger abbeißen und den Ring haben. Das ergibt gar keinen Sinn. Auf jeden Fall werden die anderen Hobbits, Merry und Pippin, werden entführt von den Uruk-Kai, weil Boromir verkackt hat. Ja, war wieder klar. Nichts klappt hier. Und die anderen drei halt, der Mensch, der Zwerg und der Elb machen sich auf den Weg, die zu beschützen, die zu retten. Was auch gar keinen Sinn ergibt, weil du hast den Ringträger, der eigentlich das Hauptziel ist, aber die gehen diesen zwei anderen Dullis hinterher. Das ergibt einfach keinen Sinn. Das heißt, wir haben jetzt quasi drei Handlungsstränge, die man erzählen kann in Zukunft. Ja, und dann switcht das immer hin und her. Und immer wenn du denkst, oh, das ist spannend da oder da fängt mal an, mich was zu interessieren, switcht es zu irgendeiner anderen Scheiße. Oh ja, wir haben hier Elbenseil, wollen wir ein bisschen Lemmasbrot fressen? Es ist so eine Scheiße. So, und die gehen halt, diese beiden mit Gollum, gehen halt eher so Richtung Gondor und die anderen eher so Richtung Rohan, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. So, und Rohan, da ist dann halt wiederum der König, der auch wieder vergiftet wurde von Crema Schlangenzunge, der wiederum Handlanger ist von dem bösen Zauberer Saruman. Ja, ja. Alle irgendwas mit Zauberer, Alter, die sind auch nicht so kreativ bei der Namensgebung. Ganz, ganz schlimm. Da geht dann, wisst nicht, wie sie den dann auch wieder, da ist dann plötzlich Gandalf wieder da und dann geht er da hin und macht er bei dem und treibt dem quasi die Scheiße aus dem Leib. Dann wiederum hat er aber diesen Palantir, der ist da irgendwie gekommen, also das ist so eine Kugel, so eine, ja, ist wie ein Telefon quasi, ja, aber ein Telefon, eher so eine Telefonbox. Und da hat Saruman eine bei sich, genau, das ergibt halt auch keinen Sinn, so Saruman hat da irgendwie eine bei sich stehen, aber Saruman ist halt ein dummer Huso und Sauron hat eine bei sich stehen, aber Sauron ist halt einfach ein riesiges Auge. Wo hat dann diese Auge dann diese Kristallkugel stehen und guckt da rein, das ergibt alles keinen Sinn. Nee, nicht so richtig. So. Dann ist Schluss. Dann ist nicht Schluss. Also ja, doch, also der erste Film ist gerade vorbei. Okay, sehr gut. Ja, wir sind im zweiten schon drin, ich habe das einfach elegant übergangen, weil ich so, ach, alter, fürchterlich. Oh, und dann müssen die halt da in Rohan quasi für Ordnung sorgen und dann ist da Theoden, der diese zwei Kinder hat, Eowin und Eomer und das ist da noch ganz viel Geschwaller und Eowin ist halt die Frau, die sich beweisen will, aber natürlich hat die nichts zu sagen, weil die Männer sind hier am Start, halt so ein Maulgärtenherd, alter. Und dann müssen sie die Leuchtfeuer entzünden, weil wir haben Probleme und dann werden die angegriffen von der Uruk-Hai-Armee und müssen sich zurück verstecken in so eine Festung an so einer Klippe quasi und dann kommen in letzter Sekunde noch die Elben und stehen dem bei, aber es reicht nicht. Und dann kommt nochmal in aller, aller letzter Sekunde plötzlich Gandalf mit so einer, mit so einer Gondor-Armee über den Hang, ja, und peitscht die dann alle durch. Worast besteht diese Armees? Nein, das ist, wie gesagt, Rohan und Gondor, Deutschland und Frankreich und Gandalf ist halt kurz weggegangen, hat bei Frankreich gesagt, hier, kommt doch mal kurz mit, ich weiß, ihr habt Probleme, aber gemeinsamer Feind, der eint und dann kommt er halt las. Weil es ist immer, an jeder Stelle ist es so hässlich, last minute, weißt du, ist so richtig Klischee. Das ist so dieses, wenn jemand von hinten sich anschleicht und ihn erschießen will und in letzter Sekunde wird er irgendwie mit der Bratpfanne umgehauen. Das hast du jedes Mal in irgendwelchen Drecksfilmen und hier ist es halt, ja, oh, Gandalf kommt über den Berg geritten, es ist so toll und die Musik schwillt an und es leuchtet. Da macht er einen Zauberstab so ganz hell, dass die Sonne so scheint, oh, und die Gegner unten werden geblendet, oh, und deswegen können die die tot reiten, weil die ja nicht die Augen mal kurz zusammenkneifen können. Und es ist so rotzenhohl. Das ist ein bisschen einfach gedacht auch, ne? Ja. Und da ist dann auch wieder, das ergibt alles keinen Sinn, da ist dann plötzlich eigentlich der Wald wieder relativ nah dran. Dieser, dieser Endwald. Das ergibt gar keinen Sinn, weil die restlichen flüchten in den Wald und werden dort dann von den Bäumen verprügelt, aber das würde halt bedeuten, dass sie quasi keinen Meter weiter gekommen sind irgendwie, weil Eastgard, da war ja Gandalf ganz am Anfang und dann sind die jetzt wieder bei Eastgard, bei dieser Festung, die die da verteidigen und das ergibt alles keinen Sinn. Die haben quasi anderthalb Filme, sind die keinen Meter weiter gekommen. Das ist ja wie bei Game of Thrones, wo am Anfang die Strecken so ewig weit waren, überall sind ewig geritten über die Map und in den letzten Staffeln sind die quasi teleportiert. Ist so, Alter, es ist so schlimm und genau so ist es auch bei Herdering, es ist eins zu eins dasselbe eigentlich. Es gibt, glaube ich, nur keine Drachen, also damals beim Hobbit gab es dann Drachen, ja. Ich war keine Drachen. Ich finde die langweilig. Ja, ich muss mal gucken, Alter, es ist wirklich so konvolutet, was da passiert. Das war jetzt eigentlich tatsächlich komplett der zweite Film, den ich jetzt in zwei Sätzen erzählt habe. Klingt kurzweilig, gut. Nee, weil da passiert halt nichts. Du kannst wirklich in zwei Sätzen runterbrechen, was da passiert. Am Ende, ich glaube, das passiert nur in der Extended Version, sieht man noch, wie Saruman quasi umgebracht wird. Die, die umstellen dann seinen scheiß Türmchen und sagen so, jo, wir sind jetzt hier, du hast nichts mehr. Und aus irgendeinem Grund kommt dann dieser Krima-Schlangenzunge und wampst dem ein Messer an den Rücken. Wie Saruman fällt Römer aus tot. In der Extravariante kannst du sehen, dass er stirbt. Ja, normalerweise sieht man das gar nicht. Da wissen die das gar nicht. Ja, weil die wussten, dass das so unwichtig ist, was sie hier für eine Scheiße erzählen. Komm, das klatscht mal jetzt hier, um nochmal mehr Geld zu machen, in die Extended Version rein. Ganz großer Schmerz. So, und jetzt pass auf. Teil 3. Teil 3. Oh, Alter. Das sieht schon komplett aus, ja. In Isengard haben sie sich quasi alle nochmal kurz gekreuzt, ja. Und dann geht es wieder auseinander. Minas Tirith ist das nächste Ding. Da gibt es nur einen Truchsess. Da gibt es irgendwie keinen König. Da gibt es nur so einen Hurensohn, der der Vater ist von Faramir und Boromir. Boromir ist aber tot. Faramir ist eine absolute Enttäuschung, ja. Der verkackt es immer und der soll verbrannt werden, weil der ein Huzo ist. So. Ganz einfache Story quasi. Und da gehen die zwei Hobbits hin. Nach Minas Tirith. Das ist so eine Riesenstadt. Aber wann kommt denn der Punkt, wo es dann heißt, der Teck in den Hobbits zu Isengard? Ja, der ist schon passiert leider. Ach so. Ja. Der ist leider schon. Der ist ganz am Anfang vom zweiten Teil quasi. Also Orlando Bloom war schon da. Ja. Und das ist der Elb mit den blöden, wallenden Haaren. Okay. So. Und die anderen machen irgendeine dumme Scheiße. Die müssen jetzt. Jetzt wird es ganz absurd. Und jetzt muss ich wirklich am Stuhl festhalten. Die müssen jetzt irgendwelche Gespenster holen als Zusatzarmee. Es läuft immer aufs Klebe hinaus. Es ist wirklich immer wieder die gleiche Scheiße. Die müssen losgehen und irgendwie so eine Zusatzarmee anheuern, damit die irgendwie die Schlacht gewinnen können. Und hier sind sie auf einmal Gespenster. Weil sie alleine nicht durchgehen. Da geht Aragorn dann hin. Guck mal, ich habe hier ein Schwert. Das war irgendwie von dem ursprünglichen Hurensohn, der damals gegen Sauron gekämpft hat. Das wurde jetzt wieder geschmiedet von Agent Smith. Und jetzt kann ich irgendwie hier Kaspar, das Geistergespenst, kann ich jetzt irgendwie ranholen. Und der kämpft dann für mich. Was? So. Ergibt alles keinen Sinn. Aber das ist die Mission von den Dreien jetzt hier. Von Mensch, Elb, Zwerg. Die gehen da schön hin. Machen Scheiße. Reden mit Gespenstern. Drehen völlig frei. Als Nächsten nehmen sie noch Globuli wahrscheinlich. Keine Ahnung. In der Zeit machen natürlich Frodo und Sam dumme Scheiße mit Gollum. Gehen den dümmsten Weg von allen. Da, wo man weiß, das sind Riesenspinnen. Da gehen die durch den Berg durch, um nach Mordor reinzukommen. Rotzenhol, wenn du mich fragst. Ah, ich erinnere mich noch. Ich habe ganz kurz, als Leute bei mir zu Hause waren, was geguckt haben, habe ich da mal reingeguckt, kurz in das Wohnzimmer, wo gerade diese Spinnenszene war. Und ich dachte, nee, ich gehe wieder raus. Ekelhaft. Für RachnophobikerInnen wie mich ist das nichts. Ja. Dann gibt es halt parallel, während die da von der Spinne natürlich geknechtet werden. Und dann kommt Sam, oh ja, ich erinnere mich, ich habe ja von Galadriel so eine kleine Pissampulle gekriegt. Da gehe ich jetzt hin und jetzt mache ich einfach eine Lampe an. Eine Lampe. Das leuchtet dann und dann geht die Spinne weg. Es ist wirklich so dumm. Das sind die Lichtscheu, ja, super. Ja. Dann wird Frodo entführt, während er da quasi in dem Kokon von der Spinne ist. Dann muss Sam den retten. Das ist nur, um die Story nochmal zu strecken. Leute, wir wissen, es ist anstrengend. Es dauert eine Weile, um nach Mordor zu kommen. Müsst ihr jetzt hier nichts so machen. Währenddessen machen die halt jetzt in Isengard, in Minas Tirith, so eine große Schlacht. Da kommt dann auch wieder in letzter Sekunde der Gandalf angeritten und mobilisiert alle und sagt, los, los, komm, ja, no. Und dann sagt er, egal was durch dieses Tor jetzt kommt, wir halten hier die Stellung. Und dann kommt da natürlich ein riesiger Ogre oder sowas durchs Tor. Das ist alles so unrealistisch, Alter. Ja, das heißt, sie sind quasi kurz vorm, also die guten Kurzformen zerberstet werden und alle fragen sich, wie können sie denn da noch rauskommen. Da kommentiert der Held aus dem ersten Akt, Dumbledore, und sagt, hier, ich habe euch ein paar Orks mitgebracht, irgendwelche, nicht Orks wahrscheinlich, aber irgendwelche Gespenster. Die Gespenster greifen dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die in die Stadt noch mit reingehen. Ich glaube, die Gespenster töten dann nur diese, diese komischen Piratenarmeen da, die Olifanten haben. Es wird ganz absurd. Da gibt es so, ich weiß nicht, ob Piraten das richtige Wort ist, aber so in diese Richtung, die kommen halt auf dem Schiff an oder so. Und Teil 4 dann noch Cowboys und Balliants und so. Und die haben riesige Elefanten, die dann aber vorne zwischen ihren Nashörnern quasi, zwischen ihren, wie heißen das, Stoßzehen, die haben da so wie so ein Rasenmäher, so Stacheldraht dazwischen, und damit gehen die so durch die Menge durch. Das ist sehr viel der Reihe. Es ist wirklich absurde Scheiße. Und auch speziesisch. Ja. So, und die werden dann halt von den Geistern unter anderem geknechtet, aber ich glaube, die Stadt rein gehen die gar nicht mehr. Wiss ich gar nicht. Und ich erinnere mich noch an eine Szene, wo es dann Gollum schafft, Frodo und einen anderen Typen zu spalten. Das ist nicht streiten. Ja. Irgendwie um irgendwas zu essen oder so. Genau, der treibt richtig Keile zwischen die, weil der das Lembas-Brot auf dem fetten Hobbit verteilt. Und dann ist natürlich klar, dass der fette Hobbit das heimlich gegessen hat. Es ist wirklich so absurd, Tino. Mir kommt schon ein bisschen die Breche hoch, wenn ich drüber nachdenke. Ich bin fast sprachlos, weil ich einfach nicht weiß, also, was man dazu noch sagen soll. Es ist so offensichtlich, aber Mülleinfach. Es ist wirklich so. Es ist objektiv schlecht. Also wirklich, wenn man alle Parameter mal so aufschreiben würde, man könnte eine mathematische Formel erstellen, die ganz klar zeigt, dass das dumme Scheiße ist. Das ist nicht lösbar einfach. Ja. Naja, auf jeden Fall werden die trotzdem natürlich übelst geknechtet. Die Menschen sind on the brink of Aussterbing. Alle am Sterben, alle tot. Traurig, traurig. Und trotzdem sagen die, gut, jetzt gehen wir mal in die letzte Schlacht noch. Jetzt gehen wir nochmal los. Gehen wir ins Schwarze Tor. Das ist auch so asozial. Die wollen in Mordor einfach nur in Ruhe ihre Brötchen backen. Und dann kommen die Menschen und wollen das invaden. Das ist basically Putin in die Ukraine rein. Und die stehen vor dem Tor und sagen, Alter, die sagen, hier sind wir. Wir machen jetzt hier Stunk. Wir stehen bei euch vor der Tür. Und dann, oh, da kommen jetzt Leute, die gegen uns kämpfen wollen, die sich verteidigen. Die hätten kapitulieren können einfach. Ja, die hätten ja einfach das Tor aufmachen können und die reinmaschieren. Aber nee, die wehren sich jetzt auch noch. Und dann sieht man, dass die ganze Zeit Aragorn völlig geisteskrank war. Dieser Hauptmensch sozusagen. Der auch die Geister angefeuert hat, weil der angeheuert hat, weil der angeblich der wahre Thronerbe, bla bla bla, ist ja alles Geschwader. Und der outet sich hier als völlig debil. Völlig dement. Da ist diese Übermacht an Armee vorm Schwarzen Tor, von Mordor der Eingang. Und er sagt so, guckt so nach hinten und sagt, für Frodo. Und rennt alleine los auf die. Völlig debil. Ja, und dann? Ja, dann rennen die anderen natürlich dumm ihrem Führer hinterher. Führerkult wird hier auch gelebt. Ja. Schlechte Werte, die hier vermittelt werden. Rennen da rein und dann geht die Schlacht los. So. Währenddessen ist natürlich Frodo mit Sam da am Vulkan am Machen. Alle am Hier und Tun und Machen. Am Kämpfen, ne? Irgendwie, ihr müsst einen Ring reinwerfen. Nein, macht er nicht. Ich will den Ring haben und so. Ja. Und jetzt passiert natürlich das, was jeder vorausgesehen hat. Frodo, die ach so reine Seele, sagt, warum soll ich denn den Ring jetzt ins Feuer werfen? Das ist mein Ring. Steckt ihn sich an den Finger und sagt, bup. Verschwindet. Ibims. Ja. Oder Iwas. Iwas. Iwas Krastev. Und dann Gollum, der eigentliche wahre Held, weißt du, springt an, auf Frodo drauf, beißt ihm den Finger mit Samtringen ab und springt in die Lava rein. Aber er wird mit dem Ring zusammen sterben, ne? Also so gesehen hat Frodo seine Mission nicht geschafft. Frodo hat es eigentlich, ähm, Gollum hat es eigentlich gemacht. Er ist der große Held eigentlich, ne? Und dann muss man auch nochmal sagen, Samt, die dumme Sau, ne? Schatz, der ist so rotzenhohl. Es geht darum, den Ring in den Berg reinzuwerfen, ja? Ich muss, ich bin dann allergisch gegen dumme Geschichten. Ja, ich sehe schon, du bist auch kurz vermiesen, ja. Ja. so, und Frodo sagt so, oh nee, ich bin so erschöpft, ich kann nicht mehr. Halt dein Maul, Alter, nur am rumheulen, die ganze Zeit, ne? Und Samtringen, rotzenhohl, wie der ist, fängt er an, Frodo zu tragen, statt einfach den Ring. Und ich verstehe es ja, wenn du sagst, ja, der Ring, der vergiftet dich, wenn du den anfäst. Ja, dann tust du den halt in eine Tupperdose rein oder was weiß ich, wie geht es den in so ein Lämpas Brotscheiß rein? Ist der Ring schon reingefallen jetzt? Ja, ich habe nochmal einen kurzen Step zurück gemacht, einfach um zu verbeutlichen, wie Rotzenhohl auch Sam ist. So, fängt er an, diesen fetten Hobbit plötzlich da hochzutragen. Den fucking Vulkan hoch mit Steigung von 45 Grad. Das ist dumm. Das ist wirklich grenzdebil. So, ja, aber Gollum beißt den Finger ab, oh, toll, der Vulkan explodiert, die ganze Armee stirbt einfach. Genozid. Ja, tatsächlich. Also die Armee von Mordor stirbt einfach. Und die enden halt auf Vulkan. Überall Lava, die kommen da nicht weg, aussichtslos. Plötzlich kommen natürlich die Falken an und retten die da. Rotzenholen. Holen die ab, dann fliegen die zurück nach Bruchtal, richtig. Bruchtal. Ja, und da sind dann wieder alle und Frodo freut sich alle zu sehen, freut sich besonders Legolas zu sehen, wobei die ein einziges Mal Wörter gewechselt hat. Legolas hat fünf Wörter und du hast meinen Bogen. Das sind die einzigen Wörter, die Legolas je zu Frodo gesagt hat. Das sind beste Freunde jetzt gewesen. Und Frodo freut sich. Och, der blonde Elb ist da. Ich kenne den zwar gar nicht, aber och, das ist so schön. So, und dann... Ich bin fast überrascht, dass ich noch die Rückreise noch ewig... Ich wollte gerade sagen, Tino, dann fängt nämlich das wahre Sitzfleisch an. Eine Stunde lang. Da wird der noch verabschiedet und der, und dann kommt plötzlich Bilbo noch mal rein, der jetzt plötzlich aus wie 350 Jahre alt war, der den Ring nicht mehr hat. widerlich. Also wirklich, da muss ich mal Ageist sein. Das ist wirklich, da kriege ich es kurz, wenn ich das sehe. So, und dann wird der noch verabschiedet. Ja, bitte segel in den Süden mit deinen 2900 Jahren alten pädophilen Dreckschweinen. Und dann wird wieder ein Cut gemacht. Dann sind wir zurück in der Hauptstadt von den Menschen und plötzlich ist natürlich Aragorn der strahlende König und dann kommt das Allerschlimmste. Das ist wirklich, das ist so cringe. Du hast die Krönung von Aragorn, der steht da als König. Überall die ganzen Menschen, ich weiß nicht, wo sie die ausgegraben haben, die sind eigentlich alle abgeschlachtet worden, aber überall Menschen rundherum, quasi auf diesem Minas Tirith ganz oben drauf auf dieser Plattform. So alles überblickend stehen die drauf. Und dann verbeugen die sich vor dem König und er sagt so, weil die Hobbits, die kleinen Dreckwänster verbeugen sich halt auch und er sagt so, nee, ihr verbeugt euch vor keinem. Und dann verbeugt der sich als König, der unterwandert seine Autorität und verbeugt sich vor diesen kleinen Dreckwänstern. Er gibt Macht bis Brauch letztendlich. Es ist wirklich so dumm, seine erste Amtshandlung ist erstmal sich so zu verbücken vor so Kindern im Prinzip. Das ist wirklich so peinlich. Es ist so peinlich und dann verbeugen sich diese ganzen Menschen vor diesen vier kleinen Hobbits. Du siehst den Greenscreen, weil die eigentlich gar nicht so klein sind. Es ist fürchterlich, Alter, und dann geht es noch weiter und dann wird noch gesungen und es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Das habe ich gesehen, wie dann, glaube ich, auch das ganze Volk sich irgendwie verbeugt und obwohl die es gar nicht gemacht haben, sondern eigentlich ist ja, wie gesagt, Gollum der Held. Ja, eigentlich hätte man sich vor Gollum verbeugen müssen, aber nee, oh, ja, das ist so toll, weil, weiß ich nicht, Frodo hat verkackt, hat den Ring für sich gewollt, Sam hat verkackt, weil das dumme Schwein einfach einen Menschen trägt statt dem Ring, der viel leichter gewesen wäre. Mensch, Mensch wäre ja noch ein Lob für den Dreck-Hobbit, Alter. Die, wisst ihr, das Allerschlimmste, die haben haarige Füße. So richtig Busch haben die da drauf. Nee. Abartig. Wirklich abartig. Finde ich nicht gut. Es ist wirklich, also das, ich habe dir jetzt quasi die ganze Geschichte erzählt, ergibt keinen Sinn, oder? Überhaupt nicht, dann lieber die Schlümpfe gucken, ehrlich gesagt. Was war dein Highlight? Ja, gibt es keins. Muss es Highlights geben, so eine Geschichte? Nee, gibt halt keins. Was war dein Lowlight? Ach, das Schlimmste. Wenn jemand gestorben ist, war ich ganz cool. So, wenn jemand in ein Vulkan reingefallen ist. Das ist eigentlich auch so ein Ding, es stirbt fast keiner. Bochumier ist der Einzige von diesen Gefährten, der stirbt. Und Gollum? Ja gut, Gandalf so quasi, weil ich bin jetzt nicht mehr Gandalf der Graue, ich bin jetzt Gandalf der Weiche. Nee. Und Gollum hat ja offiziell nicht dazugehört zu dem Team. Nee, das stimmt. Zu den Avengers da. Nee. Das heißt, die Menschen, die Lesenden werden quasi geschont, indem alle Helden die ganze Zeit überleben. Einem geht es immer gut. Happy End bei allem. Nicht wie bei Harry Potter zum Beispiel, wo wenigstens ein bisschen manchmal Sachen passieren, mit denen man nicht rechnet und wo man schockiert ist. Ja. Das passiert bei Herr der Ringe nicht. Dass da irgendwie so ein Severus Snape oder so plötzlich irgendwie so twisty ist und das sind noch Geschichten. Mal böse, mal cool, mal böse, mal gut. Und Sirius Black, der plötzlich irgendwie ein Weißer ist und so, das sind noch mal Twists. Stimmt. Ja. Es ist wirklich ganz, ganz fürchterlich. Also, Urbel, ich verstehe, warum du so einen Hass zu Herr der Ringe hast. Da ergibt nichts Sinn. Es vertritt schlechte Weltbilder. Es hat auf der einen Seite keinen Bezug zur Realität, auf der anderen Seite ist das so ganz komische Klischee-Fantasy. Das ist ganz, ganz finster. Um den letzten Punkt rauszuholen von Chachi B.T. Die stilistischen Entscheidungen. Ja. Der altmodische und teilweise blumige Schreibstil von Tolkien wird nicht von allen Lesern geschätzt. Ja. Einige finden die Sprache schwer zugänglich und übertrieben. Ja. Kann ich nur bestätigen, eigentlich nicht, weil ich habe es nicht gelesen. Aber trotzdem, glaube ich, der KI. Ich habe tatsächlich mal angefangen, der Herr der Ringe, das Originalbuch zu lesen, das erste. Und es ist scheiße. Es ist halt einfach scheiße. Natürlich ist es scheiße. Ich habe aufgehört, also da muss ja an der Stelle vielleicht mal den Film nicht ganz abwatschen, weil der ist wenigstens noch halbwegs kompakt. Aber im Buch, da die ersten 100 Seiten, da macht der irgendwie nur eine dumme Scheiße im Outland. Ja, ich muss jetzt hier noch den Vertrag von Lobilia Sackheim-Beutlin holen und so eine uninteressante Scheiße. Da läuft ja von A nach B dieser alte Mann, das ist ja so ein fast 60-jähriger Typ, der da irgendwie den Verträgen hinterherläuft und so uninteressante Scheiße macht. Das kann sich keiner durchlesen. So viel wegkürzen können eigentlich in der ganzen Geschichte. Da hätte ich zu viel ersparen können. Einfach auf die Vögel drauf, fertig. Es wirkt konstruiert. Ja. Es wirkt sehr gestreckt. Und es wirkt viel nach gewollt. Ja, gewollt und nicht gekonnt. Genau, letztendlich ist es so. Und ich fühle mich als Kunde, als Leser, als Zuschauer nicht abgeholt. Ja. Und auf der anderen Seite einfach unterfordert. Auch das. Ja. Während ich die Bibel geguckt habe, noch die Bibel gelesen, noch Kosinus-Funktionen und so gelöst, weil mir langweilig war. Ja. Also guck mal, wenn man hier so die Timeline sich anguckt, können wir auch noch Kurvendiskussionen machen, oder? Ja, das stimmt. Es ist so wirr, was da passiert. Oh, da macht der mal einen Schlenkerle und dann überkreuzen sie sich doch wieder und dann doch wieder nicht. Es ist ganz, ganz gut. Mein Tipp, die Börde, guckt lieber Harry Potter oder guckt lieber Game of Thrones. Habt ihr wenigstens so ein bisschen was, was an Geschichte und Staffeln, die gut sind. Aber Herr der Ringe, davon, von mir einen halben Stern von 10. Ja. Einen halben Stern von 100. Und auch nur, weil sich R.R. Tolkien an den Tisch gesetzt hat, hat was geschrieben. Deswegen einen halben Stern. Ja. Eine 5 fürs Antreten. Ja, von mir aus auch das. Ja. Gut, dann, Orwell, vielen Dank für den Hörerwunsch, wenn ihr auch Hörerwünsche wollt, dann einfach über PayPal 20 Euronen. Sie kommen jetzt nicht Hörerwünsche, ne? Sie kommen. Also, seid trotzdem geduldig. Das war jetzt der erste Schritt, aber... Und das Wichtigste ist, schreibt vielleicht nochmal separat irgendwo auf Social Media oder so, hey. Und wenn es Twitter ist. Weil ich mag Zahlen nicht, ich mag Geld nicht. Ich will mich damit so wenig wie möglich auseinandersetzen. Und da geht das halt dann mal unter, weil ich nicht jeden Tag auf PayPal gucke. Aber ja. Kriegst du keine Benachrichtigungen irgendwie? Du hast hier ein Taubigerich von Elon Musk oder so? Passiert ständig, ja. Na gut, dann bis zum regulären Podcast, wenn ihr wollt. Bis Sonntag, genau. Gucken, was passiert. Und viel Spaß. Lest ordentliche Bücher. Ja. Auch das Telefonbuch ist spannender als das. Ist so. Also echt. Und kohärent an der Geschichte. Kohärent auch, ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und jetzt einschalten. So. Was noch nicht so ein Gesiebchen? Ja. Hehehe. Boah. Bis zum nächsten Mal.